Und da sind wir wieder mit Züger. Nice. So, ich muss den Kristall finden. Das ist nix. Hä? Wie soll ich denn in die Mitte kommen? Was soll ich denn? Ja! So, ich spinne weg. Das Eisteil weg. So, gucken. Was machen wir? Wir machen gutes Damage. Das war richtig, richtig gut ein Damage. Der Rest sieht nicht so rosig aus gerade. Äh, das ist auch das Einzelproblem. Was ich grad hab. Ah. Wie ich immer tot wäre oder so, ne? Also jetzt, äh, ich mein Leben würde. Ah. Das wäre ja nicht schlecht eigentlich. So, jetzt, äh. Oh, das war knapp. Ja, komm. Danke sehr. Wow, 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 wow. So. Ah, der greift mich so über. Was? Au. Au. Oh, mein Gott. Oh Gott. Wie viel HP haben die eigentlich? Sag mal, ich hab das letzte Mal mit dir auch die ganze Zeit getroffen, oder nicht? So, okay. Nice. Oh Gott. So. Das Teil ist besiegt. Gut. Jetzt hab ich ja schon mehr gemacht, als was ich wollte. Okay. It's okay. So weg mit euch. Au! Oh! Sind die alle in Ordnung? Ja. Oh, gut. Gut. Ah. Aufpassen, aufpassen, auf. Oh! Oh! Äh, orange meine ich. So. So. Oh! Oh! Das ist Urlaub. Nur noch 16. Nice. Weg. Weg. So. 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 Oh! 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 Jaaa... Oh meine Güte! Und nicht nur mit 25 HP irgendwie hier rumrennen. So, mal gucken. Ah, sie treffen mich trotzdem noch! Wie dumm ist das denn? Oh oh! Und Helm, gut. Better match how I am, okay. So viel geht, wenn es Blu-Brand oder wie. Oh yeah! Oh! A key! Okay. Oh! Elexi of life! Nice! Jaaa... 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 Kann man doch sehen lassen. Wenn die sind wieder zurück auf 50 HP. Und wenn die sind wieder zurück auf 50 HP. Jaaa... 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 Und... ... ... ... oh mein gott danke ja bleib so, ist so voll in Ordnung wow ich kann mir gleich diesen Schlüssel kaufen aber ich brauche ja 25.000 in diesem blueprint das ist das Problem oh das war knapp, das war knapp na, Mimic? ne, kein Mimic Spike Gauntlet ja, ein Damage mehr ist in Ordnung wah also wenn man das raus hat, das Spiel, kommt man immer wieder dieselbe Stelle das ist gut ich komme jetzt diese Stelle zum zweiten Mal hintereinander na gut, man lernt jetzt auch daraus wie die Gegner jetzt laufen und welchen Bewegungsmuster was muss man darauf auffassen und habt ihr nicht gesehen hin wo 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 Da komm, weg mit euch. Gut, weg mit euch. Weg mit euch. Danke sehr. Oh ja. Zoll, oh, für mich. Gut. Den da weg. Ja, nix. Auch nix, oh Gott. Oh. Bin ich froh mit dir, wenn ich hier hinten stehe. Aha. So, weg mit euch. Oh, good God. Hilfe. Hilfe. Oh, ungenogen Hilfe. Oh, fu, fu, fu. Ich hab mir hier noch das Treffer, äh, ich hab mir schon was getroffen sehen können. Oh Gott, ey, dieses Spiel. Alter, das ist schlimmer als Isaac. Aber ich liebe es. Gold, 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 gold. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. 14.550 ist in Ordnung. Gold, 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 gold. Oh Gott, wie viel Levels hat das Spiel? Eigentlich nicht viel. Eigentlich nur das und das nächste. glaube ich zumindest. Ach, das hier. Feuer mal Laser. Ja. Ruck. Helfen. Noch. Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht, was hier lauern soll. Das ist das Problem, weil ich eher mehr schockiert bin. Ja komm, spuck einmal aus, bitte. Danke. 20.000 Uhr. Ist in Ordnung. So, spuck einmal aus. Nach 2700. Die Bewegung war gerade voll lustig. Ja. Brauche ich nicht. Und Ring. Ring und meine ist wie... Okay. Oh Gott, ey. Ja komm. Danke. Nicht den Shopkeeper wieder angreifen. Wie, ihr kommt wieder raus. So, nicht gewettet. Wir. Ist okay. Mimik. Ah, wenn... Mimik. Nein. Gut. Book of Totems. Of Totems. Keine Ahnung, was das macht. Oh, reicht weiter. Oh, das wird richtig nice werden. Gleich. Ich kann den Shopkeeper doch eigentlich einfrieren, ne? Ne, mach ich aber nicht. So, uah. Jetzt müssen wir so ein bisschen wenig Gold bekommen. Meine 1600 muss ich noch. Und hier muss ich leben. Also, entweder stirbst du zu Anfang oder du lebst. Okay, das ist normal. Hm. Das ist doof. Oh, ja. Oh, gar nicht gesehen. Oh, Gott, ey. Ich habe das echt gerade nicht gesehen. Na. Gut. Das war knapp. Das war klar, dass mich nicht treffen tut. Ja, wollte ich eh nicht lang. Ach, komme ich eh nicht weiter. Nur, ich muss eh nicht hier lang. Oh, mein Gott. Noch 1550 Gold. Oh, Gott. Und auch noch 8 Zoll, äh, 7. 7 Zoll Obst, ne? Oh, ich muss schon sagen, was ist das gerade? Oh. Nur noch 6. Oh, 6 Zoll Obst. Dann habe ich mir die Scheiße hinter mir. Und 900 noch. Och. 800. Oh, cool. Habe ich die letzte Mal auch ihn gerettet? Das weiß ich nicht. Danke sehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nur noch 450 Gold. Oh, Gott. Oh, Gott. So. 450 Gold haben wir so gesehen schon erreicht. Nur noch ein Zoll Obst, finde ich schlecht. Danke sehr. Oh, je, 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 je. Boah. Ich muss noch weiter. Oh, ist noch knapp. Okay. So, eins hier erreicht schon mal. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh Gott, ey. So, einmal schnell wieder zurück. Kann man, glaube ich, noch ein bisschen ab hier holen. Dann komm, ich spuck einmal aus. Oh, danke. Was können wir diesmal kaufen? Live NaF, okay. Komm, ich spuck einmal aus. Oh Gott, wie lange nehme ich schon auf? Ach, das geht ja noch. So lange noch? Also, so lange erst, besser gesagt. Es geht aber immer noch schlimmer, also von daher. Ja, komm, Apfel. Ich kann mir ja total einen Apfel kaufen, ne? So, sechs Soul-Obs noch und dann... Konnte ich eigentlich schon rüber. Na gut. Danke sehr. Was? Sag mal, da habe ich irgendwas gerade übersehen oder... Keine Ahnung was. Wie hier einer P, ey. 37, schön. Danke. Scheine Ahnung, dass man die Map nicht so richtig sehen kann oder so. Hm. Ach, da unten geht's weiter. Blood Key. Was hat das denn da unten so bedeuten? Au! Au! Meine Güte, ich sterbe jetzt wieder. Ich bin vergiftet. Raum ist eng. Was hat das Zeichen hier zu bedeuten? Ist das ein Rätsel? Ah, okay. Au! Ich glaube, ich möchte lieber am Leben anstatt... Ja, komm. Das ist besser. So. Drei Soul-Obs noch für mich. Bitte, bitte. Bitte. Ich möchte nicht mehr. Nur noch zwei. Komm, komm. Drop, drop, drop. Natürlich nicht. Ah. Warum mache ich denen eigentlich Hoffnung? Alter. Das Spiel ist wirklich hart. Nicht unterschätzen. Ah, ich denke, das ist nur ein Gegner. Danke sehr. Oh Gott. Richtig. Oh Gott, so viele Sprites. Da komme ich gar nicht ran. Oh ja, Anomimik. Ich weiß, dass das Tag in dem Tag auch noch viel besser ist. Oh Gott, ey. Oh Mann. So viele Sprites auf dem... Meine Güte! Meine Güte! Ich komme hier ran. Danke. Äh, äh, äh. Oh, Mann, äh. Äh, äh, äh. Da muss ich kurz aufpassen. Nix zu pegen. Oha. Nee, klitsch immer noch. Okay. Oh, mein Gott. Hä? Ach so, Gegnerleben. Gott, Spiegel, bitte nicht sowas, ey. Nicht sowas. Hm. Hat das vielleicht, hätte das vielleicht mehr gebracht? Ich glaube eher nicht, ne? Oh Gott, ein Treffer trotzdem noch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich ihn da lachen? Bitte. Oh. Oh, ich darf den ganzen Weg wieder zurück gehen, auch mal in den Shop rein. um ein bisschen happy zu holen es sind nicht so schlimm weil sie das habe schon erreicht das machen wollte und da ist es jetzt alles in ordnung das ist jetzt nur noch gucken 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 wie ich jetzt weiterkomme wie das nächste gebiet mal aussieht und so weiter und so fort dann glaube ich danach werde ich mal ein zwei runden mal wieder privat spielen er hat nicht viel gebracht aber wenigstens kann ich jetzt zwei zwei treffer kassieren das ist schon in ordnung so rau rüber ich war eigentlich nicht ran zwei zoll ob es Oh Gott. Von rein. Ah, Alter. 250 Schaden, den Ohr, Alter. Na gut. Das Spiel ist zur An... Ah! Gott. Oh Gott. Richtig, 25.000. Mhm. Okay. Ja, noch weniger Dodge-Möglichkeiten, bitte. Au! Ähm, ja. Tschüss! Tschüss! Oh Gott. Ich werde zu sterben. Ja, hier noch nicht, aber... Gut. Gut. Ja, ja. Gut, gut, gut. Ah, noch Gegner lebt da noch. Ja. Ah. Gut, der ist gutartig. Ja, ja. Hopp hier Oh Gott Fireproofed Rows, okay Okay. Okay. Oh, ich vertraue euch nicht. Oh, gib mir doch einen Apfel, irgendwas. Lecker Happa Happa für mich. Oh, nicht sowas. Oh, ja. Soul Holder. Nice. Oh. Darf ich sterben? Oh, Gott. Danke. Oh, nicht mehr. Nee, das Auge hat mich schon erschossen. Ei, 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 ei. Drei Topf geführt. Und irgendwas schon neu freigeschaltet? Nee. Ja, nicht, aber gut ist. Hm, oh Gott, ey. Oh, wie ist das eine Speedrun geschafft? Oh. Vielleicht gibt es noch einmal einen Speedrun. Oh, für Peter 100. Okay. Ich glaube, das Spiel geht jetzt mal privat oder so ungefähr oder einmal. Na gut, man sieht sich demnächst wieder. Ja.